Musik Sie haben jetzt da was Tolles bauen können, eigentlich den Traum CO2-frei, auch ohne Oberleitung. Wie ist denn das so? Wie ist es zustande gekommen? Ja, die Vorgeschichte ist die, die ABB hat in einem vorkommenziellen Beschaffungsprozess den Bau von zwei Prototypen ausgeschrieben gehabt. Man hat sich dann entschieden für unsere Lösung, die Lösung mit Batterie und Supercaps und die zweite Lokomotive wird mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet. Na ja, so wie es aussieht, wir waren die schnelleren jetzt einmal und haben diese Lokomotive bereits zum Leben erweckt. Ja, ich habe schon das Gefühl, Sie schüllen das nicht nur, sondern wir haben das sehen können, wie die da jetzt vorgefahren ist. Sie fährt. Und sie fährt. Und sie geht jetzt in eine Testreihe bis Ende des Jahres, also wir werden sie in Verschub testen, wir werden sie bei Streckenfahrten testen, also auch als quasi Last-Mile-Versorgung verwenden, diese Supercaps-Batterie-Kombination. Und wir werden einmal sehen, was wir tatsächlich erzielen können an Performance-Mitglied. Und das ist natürlich ein Riesending, Normalspur und so weiter. Ich glaube unsere Schmalspur-Bahnen mit einem viel weniger Gewicht und eine kurze Strecke nur, war ja glaube ich eine optimale Lösung. Ja, definitiv, weil wir reden da schon von Gewichten, dass wir mit dieser Lokomotive jetzt mit der Batterie und mit den Supercaps im Verschub bis zu 1000 Tonnen nacherziehen können. Und für die Streckenfahrten haben wir jetzt einmal kalkuliert, ca. 400 Tonnen, dass wir eben bewegen können. Und wie weit rechnet man nur prinzipiell? Rechnerisch 30 Kilometer. 30 Kilometer. Also wir haben ja ein Baunimweitwochen hin und zurück, 10 Kilometer, das ist immer noch ein tolles Fahrzeug. Also technisch sicher macht. Dürfte kein Thema sein. Und Sie haben ja da auch mit Chinesen zusammengearbeitet, wahrscheinlich in Österreich zu wenige Interessierte. Wir haben mit dem weltgrößten Lokomotivenhersteller Kooperation bei diesem Projekt mit der C-RC. Die chinesische Firma ist im Lokomotivenbereich größer als die Siemens und Bombardier zusammen. Die bauen 1000 Loks. Und die Chinesen sind eben im Bereich Supercaps zur Zeit Weltführende in der Technologie. Immer voraus. Wir haben die Ideen, die sind einfach gezwungen worden dazu, das was tun, aufgrund der Umweltproblematik die man in den chinesischen Ballungszentren hat, haben sie was tun müssen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei uns solche Lösungen, wie wir es da jetzt haben, durch die Erdöl-Lobby einfach unter dem Tisch bringen werden. Die ÖBB wird jetzt dann nach dieser Erprobung beider Prototypen in ein Ausschreibungsverfahren gehen und dann wird man mal sehen, wie weit man dieses Equipment weiter nutzen kann. Ich glaube, ich glaube es zwar eher nicht, dass man genau dieses Equipment weiterverwenden wird, weil einfach die Leistungsfähigkeit da in dem Bereich zu gering ist. Also wir haben mit zu geringer Leistung eigentlich nicht. Das wäre ja, ich meine, mein Hinterkopf da, wo ich auch die Gedanken zusammenlaufen habe, Also ein 1490er könnte man problemlos betreiben können. Ein 1490er, auch als Vortrageprojekt sagen, es ist möglich, was man dann wirklich mit Lokomotiven machen kann. Ich meine, ich freue mich, dass wir ja vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren haben wir schon von der Bindung aufgenommen und vielleicht wird es mal etwas Gutes Ding hat. So ist es ja.